Land und Precht Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. Wie gesagt, heute Morgen ein so lustiges Erlebnis. Ich bin wach geworden, mache mein Telefon an und stoße auf einen Post von den Kollegen von Terra X History. Darauf siehst du Helmut Kohl und dazu die Überschrift, lädt dieser Post langsamer wegen Helmut Kohl. Und ich musste so lachen, weil wir ja auch gelegentlich Leitungsschwierigkeiten haben und dachte, genau, und lädt auch unser Podcast gelegentlich langsamer wegen Helmut Kohl. Und da wird die schöne Geschichte aufgedröselt, dass ja die Regierung Schmidt 1981 beschlossen hat, dass Deutschland bis 2015, also Westdeutschland, mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet sein soll. Und heute sind wir, was Glasfaseranschlüsse angeht, ganz, 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 ganz weit hinten, weil Kohl lieber das Privatfernsehen gefördert hat und hat dann im ganz großen Stil Kupferkabel verlegen lassen und zwar ohne Leerrohre dazu, ja, die heute den Ausbau deutlich erleichtern würden. Hat ja das nicht was mit Schwarzschilling zu tun? Ja, das wird immer erzählt, der berühmte Postminister. So eine Firma Sonnenschein oder wie die hieß, kurz bevor Minister wurde, seiner Frau überschrieben hat. Also er war, es war auf jeden Fall so, ich habe ihn auch mal selbst danach gefragt und er hat das mit Bausch und Bogen zurückgewiesen. Aber das Gerücht ist, das war eine Kupferkabelfirma und dann wird er Minister und plötzlich werden Kupferkabel verlegt. Statt Glasfaser. Genau. Das war so. Die Kollegen von Terra X History allerdings spekulieren darüber, dass das was mit Leo Kirch zu tun hatte. Der Ausbau des Privatfernsehens und diese ganzen vielen Kupferkabel, weil Kirch hat davon vor allen Dingen profitiert. Dann müsst ihr vielleicht den jüngeren Zuschauern nochmal erklären, wie er Leo Kirch war. Leo Kirch ist, ja, das ist wahr. Ein Dudes Freund von Helmut Kohl, von dem Kohl nach der Kanzlerschaft für vermeintliche Beratertätigkeiten 1,8 Millionen DM ohne nachweisbare Gegenleistungen bekommen hat. Der ein riesiges Imperium aufgebaut hat, ursprünglich Filmhändler. Richtig. Also der lieferte den Sendern die Filme und hatte die Rechte da dran. Ja, bestimmt auch deine Lieblingsserie, Väter der Klamotte. Ach, was meinst du, war auch Leo Kirch? Ja, sicher. Ich glaube, alles war Leo Kirch. Genau, und er schwang sich quasi auf, das Privatfernsehen in Deutschland quasi zu werden mit seiner riesigen Firma. Richtig. Und er ist dann irgendwann politisch sehr hoch gestiegen quasi, also durch Begünstigung und dann aber auf brutalste Art und Weise zur Strecke gebracht worden. Richtig. Genau. Und dieser Leo Kirch, meinst du, ist der Grund, warum das mit den Glasfasern nicht kam? Ja, also der hat auf jeden Fall enorm davon profitiert, von diesem, ne, es ging einfach darum, das Geld sozusagen anders einzusetzen, ja. Und Kohl hatte ja immer, weißt du ja auch, ne, der hatte immer Stress mit öffentlich-rechtlichen, investigativen Formaten, Panorama und Monitor und so, das ging dem alles auf den Geist. Die sind dem ja auch auf den Zeiger gegangen. Das kann man wohl sagen. Genau. Also man kann den Groll gut verstehen, aber das ist so ein bisschen die Vermutung. Ich finde es nur heute interessant, weil wir gleich, ich wollte heute mit dir mal über Indien reden. Richard, du hast ein tolles Gespräch neulich zu dem Thema gehabt, kommen wir gleich dazu. Und das ist ja ein Land, das Hightech-mäßig auf dem, wirklich auf dem Sprung ist. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, Glasfaseranschlüsse, ne. Südkorea, was schätzt du, wie viel Prozent? Ah, die sind sicher ganz, ganz weit vorn. Sag mal eine Zahl. Das ist auch das robotisierteste Land der Welt. Also nirgendwo gibt es so viele Roboter. Ja, Deutschland auch. Südkorea ist noch knapp vor Deutschland, ja. Okay. Ach, ich denke, das ist irgendwie komplett 100 Prozent, oder? Ja, 87, also fast, genau. Schweden, was schätzt du? Auch weit, skandinavischen Länder, große Entfernung, wenig Leute, aber... Aber viel Glasfaser. Viel Glasfaser, bestimmt auch... 80 Prozent. Ja. 80. Pass auf, Chile, 61. Ja, Chile ist ja das Land des Kupfers. Fällt mir gerade ein. Einer der größten Kupferproduzenten der Welt. Die werden wahrscheinlich auch noch Schwarzschillings Kupferkabel verlegt haben. Ja, das ist wahr. So, Türkei? Boah, ich weiß, dass Erdogan unglaublich in die Infrastruktur investiert hat. Sowohl in Autobahnen wie in Datenautobahnen. 50 Prozent. 28, immerhin, finde ich. Und wo liegt Deutschland? Glasfaseranschlüsse. Ja, ziemlich weit unten. 15 Prozent. Acht. Ich meine, das ist schon hart, oder? Das ist, das ist, also... Deswegen, lädt dieser Podcast langsamer wegen Helmut Kohl. Das ist eine, wirklich, ich musste so lachen. Gratuliere an die Kollegen. Das wird eine herrliche Headline. Hat mir heute Morgen wirklich, hat den Tag gleich ganz anders starten lassen. Wunderbar. Richard, Indien. Es ist was Historisches passiert. Ja, haben die Chinesen überholt. Ja, in Menschen, also mehr als 1,4 Milliarden Menschen. So genau weiß das ja keiner. Ich habe in der Schule gelernt, es gäbe in Indien 750 Millionen Menschen. Zu deiner Zeit war das auch wahrscheinlich richtig. Also das ist natürlich jetzt ein halbes Jahrhundert her. Eben. Aber seitdem fast verdoppelt. Überleg mal. Also in den letzten 40 Jahren müssen die sich verdoppelt haben. Ja, es muss irgendwie so gewesen sein. Das war die Zeit, da hat die Inderin im Schnitt fünf Kinder bekommen. Fünf. Weißt du, wo die heute sind? Das ist übrigens interessant. Und daran siehst du, was sich da getan hat. Also auch demografisch. Wahrscheinlich jetzt auch bei drei runter oder so? Bei zwei. Oh, Tatsache. Zwei irgendwas. Das ist ja eine gute Nachricht. Ja, das ist also... Nicht, dass ich nicht den Indern gönne, dass es immer mehr werden. Nein, um Gottes Willen, ja. Sondern wegen des berühmten Überbevölkerungsproblems. Aber zeigt wieder, wo Wohlstandswachstum ist. Das, darauf wollte ich hinaus. Da geht die Kinderzahl runter. Richtig. Und die Prognosen sind, es wird dann irgendwann bei 1,7 Milliarden sich einpendeln. Und dann geht es runter. Aber es ist wirklich interessant, wenn du mir überlegst. Also 1,4 Milliarden Inder. Das sind mehr als dreimal so viele Menschen wie in der gesamten EU leben. Das sind mehr Menschen als alle Einwohner von Nord- und Südamerika zusammen. Das bedeutet, fast jeder fünfte Mensch auf dem Planeten ist ein Inder. Oder Chinese, weil die liegen ja knapp dahinter. Richtig. Das heißt also zusammen, jeder zweieinhalbste Mensch ist Inder oder Chinese. Eben. Überleg mal. Deswegen das asiatische Jahrhundert. Ohne jeden Zweifel. So. Die größten Märkte. Noch riesiger Aufholbedarf. Genau. Nicht zu vergessen Indonesien. Der auch zunehmend als Wirtschaftsmacht Bedeutung kriegt und auch eine starke Bevölkerungsentwicklung hat. Genau. Auch interessant hat, mit Ranga Yogeshwar darüber gesprochen dieser Tage, der sagte, im Jahre 2030 gibt es OECD-Schätzungen, werden ungefähr 27 Prozent aller Wissenschaftler weltweit, wenn aus Indien kommen, 37 Prozent aus China und wie viel aus Deutschland? Schätz mal. Zwei. Sehr gut. 1,8. Ja. 1,8. Und um mal so die Dimension mal klar zu machen. Also die staatliche Eisenbahngesellschaft, Indian Railways, hat kürzlich, wie viele Lokomotiven bestellt bei Siemens? 1.200 Lokomotiven. Einfach so. Wahrscheinlich so viele wie in Deutschland insgesamt fahren. Wenn sie fahren. Ich glaube, es sind ja fast mehr als 1.000. Ja, wenn sie fahren. Wenn sie fahren. So, die Airline, Air India, hat kürzlich den größten Flugzeugdeal ihrer Geschichte gemacht. 250 Flugzeuge bei Airbus bestellt und knapp 300 bei Boeing. Das musst du dir mal vorstellen. Du bist ein Land. Kannst du dir überlegen, was wäre die Weltwirtschaft ohne China und Indien? So. Also wir hätten mit Abstand nicht dieses Wachstum gehabt und diesen Wohlstand hier, wenn wir nicht unglaublich von diesen Märkten profitieren würden. Und immer noch. Also ein Drittel. Immer mehr. Immer mehr. Also gerade was China anbelangt, sowohl die USA wie die Europäer investieren mehr und mehr und mehr in China. Richtig. Also während auf der politischen Ebene gesagt wird, da müssen wir aufpassen und dürfen uns nicht abhängig machen, läuft ökonomisch exakt das Gegenteil. Genau, das ist der Punkt. Das ist diese seltsame Widersprüchlichkeit. Und ich habe es in so einen Kontext gestellt. Ich finde es das Gleiche wie bei der Deutschen Bahn. Also wir versichern uns seit Jahrzehnten ständig gegenseitig, wir müssen dringend jetzt die Bahn ausbauen. Und was sie wird, ist immer miserabler. Das passt nicht zusammen. Und wir haben noch vor ein paar Jahrzehnten, das ist verrückt, haben wir im Jahr vier Milliarden Euro in die Deutsche Bahn gesteckt. Und mittlerweile waren wir kurzzeitig mal runter auf eine Milliarde. Jetzt geht es so langsam wieder hoch auf zwei. Das heißt, diese vermeintliche Verbesserung, wir haben jetzt da mehr Geld im Etat, von 1, irgendwas hoch auf zwei, ist in Wahrheit immer noch nur die Hälfte dessen, was wir mal hatten. Also das zeigt, so richtig ernst nimmt das Projekt keiner. Wir sollten eine ganze Sendung über die Deutsche Bahn machen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, nicht nur als Benutzer. Das ist ein schönes Kapitel dramatischer Fehlentwicklung. Ja, ist richtig. Deswegen lasst uns lieber über Indien reden. 1200 neue Lokomotiven. Finde ich super. Das Land der Startups, die IT-Branche, auch total interessant. Indien hat mittlerweile 100 sogenannte Einhörner, Unicorns, also Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann auch so Sachen, die mich damit beschäftigt, total interessante. Also Datenschützer hierzulande, denen wird es kalt den Rücken runterlaufen. Fast alle Inder haben inzwischen so eine komische, labbrige Plastikkarte und darauf sind gespeichert ihre Fingerabdrücke und biometrische Daten. Wie? Ja, genau. Ja, wie immer sowohl als auch. Das bedeutet, Millionen Menschen können sich damit zum ersten Mal wirklich identifizieren, ausweisen. Ohne Ausweis hatten all diese Leute vorher keine Möglichkeit, einfach mal ein Konto bei der Bank zu eröffnen. Das ist interessant. Heute hat ein Großteil aller Erwachsenen eines dieser Konten. Da gibt es andere Sachen. Zum Beispiel Sozialleistungen können dadurch dann direkt überwiesen werden. Das heißt, der Staat kann sich nicht nur Bürokratie sparen, sondern das Geld kommt dann auch wirklich bei den Betroffenen an. War früher oft der Fall, das wurde von irgendwelchen Mittelsmännern einfach so dann Korruption abgezweigt. Das heißt, wenn du so jemanden fragst, ob er ein Thema mit seinen Daten hat oder ob ihm die pünktliche und auch ausreichende Überweisung seiner Sozialhilfe lieber ist, kann mir vorstellen, dass der die Antwort ausfällt. Dabei ist ja schlimm genug, dass man, um Zugang und Anteilnahme und Ansprüche zu haben, Freiheit einschränken muss. Ja, das ist wahr. Das ist schon Janusköpfigkeit. Ist es. Es gibt auch, zum Beispiel auch faszinierend, da habe ich das Gefühl, das ist ähnlich wie bei den Chinesen. Einer der Gründe, sagen Leute, die sich damit auskennen, warum die Chinesen so unfassbar schnell plötzlich in diese Digitalisierung reingekommen sind, ist ja, dass sie ja die Laptop-Phase, die wir alle noch so erlebt haben, die haben die ja übersprungen. Es geht ja direkt sozusagen aufs mobile Endgerät, direkt auf die Apps, direkt aufs Handy. Und das passiert gerade in Indien auch. Mittlerweile Systeme, es ist so ein Milliardär am Start, Nilekani heißt der, der hat ein Zahlungssystem geschaffen, können jeder Inder heute binnen Sekundengeld von einem Handy auf das nächste transferieren und zwar komplett gebührenfrei. Also eine unglaubliche Technologiegläubigkeit. Ich glaube, ich würde mich in dem Land gar nicht mehr zurechtfinden. Gibt es da noch Bargeld eigentlich? In Indien mit Sicherheit. Ja, klar. Warst du mal in Indien? Nee. Ich habe mal für eine Reportage im Süden, in Chennai gedreht. Ich meine, Indien ist ja kein Land, sondern es ist ein Kontinent. Das ist einfach gigantisch groß. Und ich erinnere mich noch an diese unvorstellbare, schwüle Hitze. Die macht dich wirklich fertig. Und ich erinnere mich an dieses laute, wuselige in diesen Städten. Und für jemanden, der gerne fotografiert wie ich, natürlich ein Wahnsinn. Es ist eine Welt, bunt und laut und lärmig. Und dann hast du überall diese Straßenstände. Und dann gehst du hin und sagst, ich hätte jetzt gerne mal ein Brötchen irgendwie. Und du sagst, ja, mit Hühnchenfleisch und so weiter. Und du sagst, ja, sehr gerne mit Hühnchenfleisch. Und dann fällt dir auf, hinter diesem Tresen gackert es irgendwie in so einer Kiste. Und plötzlich hört das Gegacker auf. Und dann weißt du, jetzt kommt gleich dein Brötchen. Weil die Abwesenheit von Kühlschränken natürlich dazu führt, dass du das Hühnchen einfach so am Start haben musst. Das ist sehr beeindruckend. Und wir haben damals eine Reportage gedreht über indische Mädchen, die auf dem Land bis heute zum Teil umgebracht werden. Und zwar nach der Geburt. Es gibt sieben oder acht verschiedene Arten und Weisen, wie diese Kinder umgebracht werden, weil ein Mädchen für viele arme Familien tragischerweise eine große Belastung darstellt. Mitgift. Der Mitgift wird in Gold ausbezahlt. Und das können sich viele arme Familien nicht leisten. Und dann spielen da Hebammen und Großmütter und so weiter eine ganz traurige Rolle bei dieser Geschichte. Mit Müttern dort gesprochen, das zerreißt dir wirklich das Herz. Und das ist ein großes Tabu. Es ist auch schwierig, mit jemandem sich darüber zu unterhalten. Indiens tote Töchter. Ich glaube, gibt es noch in der Mediathek. Das war damals ein sehr berührender Film. Und das ist mir wirklich so im Kopf geblieben und auch, wie die Dinge so zusammenhängen. Also damals habe ich verstanden, wenn wir hier mit Gold spekulieren und der Goldpreis geht nach oben, dann bedeutet das, in Indien ist ein Mädchen jetzt in großer Gefahr. Weil auch dort der Goldpreis steigt. Und das sind so Zusammenhänge, die du dann plötzlich verstehst. Und wo du merkst, okay, da in diesem ganz abgelegenen Dorf in Indien auf dem Land schlägt plötzlich die Globalisierung zu. Zeit jemand für die Spekulation. Ja, richtig. Das ist wirklich hart, wenn man das dann mal so begreift. Aber abgesehen davon, was du auch immer siehst, ist diese Lebensfreude und dieses Wollen, dieses Verliebtsein ins Gelingen. Diese Inder, die wirklich jetzt merken, okay, es ist jetzt unser Moment. Und du hast neulich, Richard, ein tolles Gespräch zu dem Thema geführt. Habe ich mir angeguckt. Mit Pankas Mischrei. Ja. Wie hast du den erlebt? Was berichtet der? Also ein indischer Schriftsteller, Philosoph, ne? Ja, Kulturhistoriker, Schriftsteller, der mal ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat, Das Zeitalter des Zorns, in dem er versucht hat, die Wurzeln des Terrorismus zu erklären, vor einigen Jahren. Sehr gutes Buch dazu. Okay. Was ist die These? Naja, gut, er bringt es natürlich mit der Kolonialgeschichte in Verbindung. Und dass der Terrorismus von den Terroristen selber immer noch in der Tradition des Kolonialismus als Freiheitskampf empfunden wird. Ja, gegen Besatzer, die eine Welthegemonie aufgebaut haben und die dann nichts mehr verloren haben. Das ist sozusagen deren Selbstverständnis ist. Und das Interessante, er hat ihn zuletzt ein Buch geschrieben, in erster Linie eigentlich über die Engländer und die englische Kolonialgeschichte. Und er wirft den Engländern vor, dass sie ihre Verbrechensgeschichte nicht adäquat aufgearbeitet haben, im Vergleich zu den Deutschen. Genau. Also er lobt Deutschland sehr. Ich habe auch in der Sendung gesagt, das war natürlich für Deutschland auch keine Frage eines anderen Weges. Also Deutschland hatte den Krieg verloren. Das fand ich interessant. Und Verlierer müssen neu nachdenken über ihre Werte, ihre Moral, ihre Rolle in der Welt. Und Sieger tun das im Regelfall nicht. Und Großbritannien war halt Sieger. Er war zwar letztendlich Verlierer des Zweiten Weltkrieges und Deutschland Gewinner, wirtschaftlich gesehen. Aber militärisch war es umgekehrt. Das heißt also, in Großbritannien musste nicht irgendeine Kontinuität aufgebrochen werden und man musste ein völlig neues Selbstverständnis, eine neue Moral entwickeln. Man musste sich nicht hinterfragen sozusagen. Genau. Die USA mussten das auch nie. Das heißt also, ihre Verbrechensgeschichte gegenüber den Schwarzen, gegenüber der indigenen Bevölkerung und so weiter, musste nie im vergleichbaren Stil aufgearbeitet werden. Und ist deswegen als latenter Rassismus ja auch noch vorhanden, wie die Deutschen das gemacht haben. Und das ist das, was Pankaj Mischra sehr bewundert und sagt also, wenn alle Völker des Westens sich so benehmen würden wie die Deutschen und so mit ihrer Geschichte umgegangen wären, dann wären wir heute viel weiter. Er sagt aber, dass die ehemaligen Kolonialmächte, Frankreich, England, in gewisser Hinsicht die USA, das nie getan haben. Und dass es deswegen so schwierig ist, dass der Begriff des Westens Länder zusammenbringt, die einen sehr, sehr unterschiedlichen Umgang mit ihrer eigenen Verbrechensgeschichte pflegen. Und dass man verstehen muss, dass es in Ländern, die unter der Kolonialzeit gelitten haben, wie zum Beispiel Indien, eine sehr, sehr starke Abneigung gibt, sich vom Westen was über Werte erklären lassen zu wollen. Das gleiche gilt ja auch für China, was ja im Prinzip auch englische Kolonie war. Und dass das Dinge sind, die man verstehen muss, wenn man mit diesen Ländern umgeht. Und ein Punkt noch, der ihm wichtig war, wir sprechen heute in letzter Zeit ganz, ganz verstärkt vom 21. Jahrhundert als Kampf der Demokratien gegen die Autokratien. Und er sagt, das stimmt ja so nicht. Einfach schon aus dem einen Grund, es gibt viele Autokratien, gegen die haben wir nichts. Gegen die Golfstaaten, gegen Saudi-Arabien und so weiter. Wenn man das schärfer fassen will, dann ist es der Kampf der Etablierten, also der USA und der Europäer, gegen die Emporkömmlinge. Gegen die Chinesen und gegen die Inder, die sagen, jeder Zweieinhalbste in der Weltbevölkerung lebt in diesen Ländern. Wir sind aber nicht adäquat vertreten. Nicht in der Weltbank, im Internationalen Währungsfonds, in der Welthandelsorganisation und so weiter. Sondern das sind eigentlich Institutionen des Westens. Und seine Befürchtung ist, dass der Westen nicht auf adäquate Art und Weise bereit ist, die Früchte des Wohlstandes in dieser Welt mit den Emporkömmligen zu teilen. Und das, sagt er, wäre sozusagen die Matrix für die Konflikte, in die wir jetzt reinkommen. Also das ist jetzt referiert, was sozusagen seine Kernaussage ist. Interessant ist sozusagen, was das für eine Welt ist, die da gerade entsteht. Und ich habe dieser Tage gelesen, dass eigentlich diese bipolare Welt, also kalter Krieg, also auf der einen Seite der Westen, die Amerikaner im Wesentlichen, auf der anderen Seite die Sowjetunion, dass das eigentlich etwas war, paradoxerweise, was zu einer gewissen Stabilität geführt hat. Immer. Eigentlich muss man sagen, wir hatten auch bis zum Mauerfall keine Erkrankung. Ernsthaft bipolare Welt. Wir hatten auch damals sehr weitgehend eine Pax Amerikaner. Also die USA waren dem real existierenden Ostblock dermaßen wirtschaftlich überlegen, dass das alles die Jahrzehnte der USA letztlich waren. Es waren ja nur eine Handvoll Länder, also auf dem Höhepunkt vielleicht mal 10 oder 15, Vietnam und Campochea, wie das damals hieß und so weiter, Angola, Mosambik. Also wirklich nur ein paar Länder. In denen es Moskau-freundliche Regierungen gab. Und im Grunde genommen war das die Zeit der Globalisierung und des Siegeszuchts, des Kapitalismus auch schon in der Zeit, als es noch eine Sowjetunion gab und noch eine DDR. Eigentlich kann man zusammenfassen, dass die Zeit nach 1945 eben die Zeit war, in der die USA die uneingeschränkte Hegemonialmacht in der Welt war. Von, wie gesagt, diesen winzigen Ausnahmen abgesehen. Und was eben jetzt passiert ist, dass diese Macht bröckelt durch den wirtschaftlichen Aufstieg der asiatischen Länder. Und man kann sich auch überlegen, dass da in Zukunft noch andere hinzukommen. Saudi-Arabien. Sollte sich der Iran mal aus der Geiselhaft der Mullahs befreien, wäre der Iran auch ein solcher Kandidat. Und Brasilien steht schon lange auf der Warteliste. Das heißt also, das Gefüge verändert sich. Und dieser Text, von dem du gerade gesprochen hast, diese Expertise für deutsche Sicherheitspolitik, die sagt, am stabilsten sei die Welt, wenn es ein Hegemon gibt. Und das mag durchaus so sein. Zum Beispiel in der Zeit des Römischen Reiches. Es ist aber keine moralische Rechtfertigung für ein Hegemon. Es könnte ja dann jemand anders dran sein. Dann könnte man sagen, okay, dann ist jetzt Machina der Hegemon. Es ist so gut, wenn es nur einen gibt. Genau. Also so kann man moralisch nicht argumentieren. Nee, das ist richtig. Wobei, das ist ja auch nur analysiert. Und es ist natürlich schon interessant, denn man hört das so. Ja, ich konsumiere ja dann auch irgendwie viel, weiß ich nicht, politische Lektüre und so weiter. Man hört das im Radio, man ist auf dem Weg zur Arbeit, man kriegt das mit. Da gibt es diesen neuen Megaplayer. Also wenn du überlegst, jeden Monat strömt eine Million Inder neu auf den Arbeitsmarkt dort. Das ist irre. Wenn du dir überlegst, 80 neue Flughäfen sind dort im Bau. Also das ist wirklich ein Riese, der da gerade erwacht und verschiebt sozusagen die Situation. Was Kenneth eben sagt ist, man würde ja von außen sagen, das ist doch wunderbar. Dann geht es einem weiteren Land jetzt irgendwie gut. Die haben auch, ähnlich wie die Chinesen, die haben glaube ich 400, 500 Millionen Menschen so aus der Armut geholt. Aus bitterster Armut, muss man in Indien wirklich sagen. Ich weiß auch, in diesem Slum damals in Chennai, da haben wir auch gedreht und waren da unterwegs. Da habe ich das erste Mal begriffen, was wirklich Leben in einem Slum bedeutet. Wo du wirklich denkst, okay, da ist jetzt irgendwie noch so ein Kellerloch rein. Da werden vielleicht drei Kartoffeln gelagert. Nee, nee, in dem Kellerloch wohnt dann plötzlich ein Mensch. Und schaust du plötzlich in die stahlblauen Augen einer sehr, sehr alten Frau. Ich habe dieses Foto damals gemacht. Das habe ich immer noch vor Augen. Mich wahnsinnig beeindruckt. Und man fragt sich, wie geht sowas? Und deswegen ist es erstmal eine gute Nachricht, wenn Menschen aus solchen Verhältnissen rauskommen. Also nicht nur gut, sondern das gehört zu den größten Leistungen der letzten 50 Jahre, gehört das, was in Indien und in China passiert ist. Also unter dem Gesichtspunkt menschenwürdiges Leben sind das die Länder, die am meisten getan haben, aufgeholt haben und sozusagen die größte Leistung vollbracht haben. Das muss man anerkennen bei allen Dingen, die man an diesen Ländern auch kritisieren kann. Richtig, aber dann sagt Kennard eben, vergleichbare Situationen in der Geschichte, was kann das bedeuten? Also vor 100 Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, drängen plötzlich neue Mächte sozusagen nach vorne. Das Deutsche Reich, Russland, Amerika. Und fordern sozusagen ihre Mitsprache ein und ihr Recht auf entsprechenden Anteil an dem, was zu verteilen ist. Der damalige Hegemon ist Großbritannien, findet sich in seinem Abstieg wieder und das Ergebnis ist am Ende dieser katastrophale Krieg. Und deswegen ist die Frage, wenn man sich das auch so anschaut, was da gerade im Indopazifik passiert. Ich weiß noch, Obama auch, wie oft das beschrieben worden ist. Obama hat dann angefangen, die USA plötzlich Richtung Pazifik auszurichten, weil die genau verstanden haben, in Asien passiert es jetzt. Also weg von Europa, dieses alte Europa, das fanden die alles nicht mehr sexy und vor allem nicht mehr relevant. Und dann wendest du dich plötzlich diesem asiatischen Raum zu. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich das Gefühl, und ehrlich gesagt habe ich das den Teilnehmern noch, weil worauf läuft das denn hinaus jetzt mit den USA und mit China? Ja, also wir müssen da... Das läuft fast zwangsläufig irgendwann auf eine militärische Auseinandersetzung, vielleicht auf einen fürchterlichen Krieg hinaus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt kommt noch Indien mit ins Spiel, eine super Power, die da plötzlich auf die Weltbühne strebt. Was bedeutet das dann? Vor allem, wenn du dann weißt, wie sehr historische Verbindungen zu Russland auch da sind. Russland der wichtigster Waffenlieferant für die Inder und so weiter. Also was bedeutet das? Und die Inder nehmen das ganze russische Öl ab und so weiter. Also was das bedeutet ist, diese Gefahr zu erkennen. Und die Gefahr zu erkennen, dass tatsächlich der Übergang, also wenn eine Weltmacht bröckelt, was bei den USA der Fall ist, was aber ein langer Prozess ist. Das passiert ja jetzt nicht in zehn Jahren. Wir reden über eine Entwicklung, die jetzt über Jahrzehnte sich ereignet. Ähnlich wie das bei dem britischen Empire eigentlich auch gewesen ist. Und wenn man das erkennt, was für ein Risiko in einer solchen Weltsituation besteht. Äußerste Vorsicht und Sensibilität. Das ist das, was ich daraus gewinnen würde. Also möglichst alles zu verhindern, was die Konfrontation verschärft. Denn die Konfrontation ist ja nicht gewinnbar. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Und abgesehen davon, ich meine, wenn tatsächlich China Taiwan attackieren sollte und sich wieder einverleiben. Wo niemand weiß, ob das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass überhaupt keiner einschätzen kann. Überhaupt keiner. Aber wenn die es tatsächlich tun würden, ich meine, dafür würden wir keinen Dritten Weltkrieg riskieren. Dafür würden auch die USA keinen Dritten Weltkrieg riskieren. Ja, auch China ist Nuklearmacht und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass umso lauter gedroht wird, umso klarer einem ist, dass man keinen Krieg führen kann. Ja, ich erinnere mich daran, wie Obama mal in die baltischen Staaten gefahren ist. Nach dem Georgienkrieg, glaube ich, war das. Und dann flammende Reden gehalten hat. Die Amerikaner würden bis zum Letzten die baltischen Staaten und so weiter schützen und verteidigen und so. Und ich gedacht habe, klar, der redet und bellt jetzt hier so laut, weil er für die baltischen Staaten keinen Dritten Weltkrieg riskieren würde. Ja, genau. Also gerade deswegen hält man umso lautere, flammendere Reden, um damit abzuschrecken, weil man weiß, dass die militärische Abschreckung nicht funktioniert im Zweifelsfall. Und deswegen, glaube ich, ist diese Säbelrassel-Rhetorik im Augenblick so ausgeprägt. Und auch, dass man so tut, als würde jetzt eine Auseinandersetzung bevorstehen zwischen zwei Systemen. Das ist ja so das Denken, was wir so aus dem Kalten Krieg hätten. Kapitalismus versus Kommunismus. Und dass unsere Außenministerin ja auch gesagt hat, China wäre, eine wörtliche Formulierung war, ein systemischer Rivale. Genau, ständig die Form ist mittlerweile so eine Floskel geworden. Ich verstehe die nicht. Also die Chinesen missionieren ja nicht. Also anders als der Kommunismus, der seinem Selbstverständnis nach irgendwann die ganze Welt beglücken wollte. Immer wurde zitiert, so in meiner Kindheit und Jugend, dieser Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Das Endziel des Kommunismus ist die Weltherrschaft. Also in Solingen bei dir zu Hause war immer Revolution, ja? Nee, also das wurde immer von den Konservativen gegen alle Linken gemacht. Nach dem Motto, was meinst du, was die wollen. Die wollen alles nur erobern und so weiter. Und einen Angriffskrieg nach dem anderen führen und so. Also dass man sagt, es geht ja um den Kampf von Systemen. Das ist ja nicht der Fall. Also erstens ist China, wenn man ehrlich ist, kein kommunistisches Land, sondern ein kapitalistisches Land, sogar ein turbokapitalistisches Land, kapitalistischer als Deutschland. Ja, nirgendwo. Mit weniger Sozialstaat und so weiter. Genau, du kennst das, ne? Wir haben hier keine Systemkomponenten. Dann kann man sagen, ja, aber die sind doch kollektivistischer als wir und so weiter. Ja, das sind die auch schon immer seit tausenden von Jahren gewesen. Aber die missionieren nicht, indem die sagen, die ganze Welt muss jetzt so werden wie China. Ja, also das Interessante ist, und ich finde, das kommt viel zu kurz. Wer missioniert eigentlich mit seinen Werten? Weißt du, wo der Ursprung davon sitzt? Monotheistische Religionen. Das Christentum. Ja, stimmt. Ja, Kreuzzüge. Ja, und früher hieß es nicht Demokratien gegen Autokratien, sondern Christen gegen Heiden. Ja, und der Islam, als die beiden großen monotheistischen Religionen. Die haben sozusagen, wir breiten uns immer weiter aus und die anderen sind weniger wert und so. Ja, dieser absolutste Anspruch, ne? Ja, und da das Christentum natürlich ein wichtiger Teil unserer DNA ist, haben wir das Aufklärung und so weiter beibehalten. Ja, also dieser Missionsanspruch, die müssen so werden wie wir. Das haben die Chinesen nicht, die Inder auch nicht. Zwei buddhistisch geprägte Länder, wie Indien kommt da noch der Hinduismus dazu, der eigentlich aus Persien kommt. Und diese Länder missionieren nicht ihre Weltanschauenden, sondern die sagen, ihr könnt bleiben, wie ihr wollt, macht das, wie ihr wollt, wir machen das, wie wir wollen. Das lassen wir aber nicht zu. Und darüber müssen wir nachdenken. Warum ist das für unser Selbstverständnis nicht mehr zu vertreten, dass ein Land wie China einen anderen Weg politisch geht, eben keine Demokratie ist, als wir? Warum können wir nicht sagen, das ist deren Sache? Das habe ich nicht verstanden. Warum können wir die nicht in Ruhe lassen? Die haben doch ein Recht darauf, ihren Weg zu gehen. Ich möchte nicht gerne in China leben. Ich bin ein absolut glühender Anhänger westlicher Werte. Aber gerade weil ich das bin, würde ich mit diesen Werten nicht missionieren und rumdrohen. Das heißt, wenn du jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking, dann habe ich das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Also ich nehme an, die hätte doch unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt. Eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu packen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen die Chinesen uns mit allem Drum und Dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen und zwar ziemlich gewaltig. Und dann würden unsere westlichen Werte erst recht keiner mehr ernst nehmen. Die Logik ist, nur wer wirtschaftlich stark ist, kann mit seinen Werten überzeugen. Und zwar nicht dadurch, dass er andere belehrt, sondern dadurch, indem er etwas vorlebt, was für andere nachahmenswert erscheint. Werte werden weitergegeben durch Personen, die diese Werte haben und überzeugen. Das ist auch im privaten Leben so. Wenn jemand dich belehrt, du hättest die falschen Werte und was weiß ich was, dem hörst du nicht zu. Ja, es ist Kindererziehung, ne? Wenn du aber ein Vorbild hast, jemand, der die lebt und den du bewunderst und den du toll findest, dann bist du empfänglich dafür, Werte zu übernehmen. Nein, wir können unsere westlichen Werte, von denen ich sehr überzeugt bin, nicht als Kampfmittel einsetzen und nicht als Druckmittel und nicht als Drohmittel, um anderen zu sagen, dass wir moralisch die Besseren sind. Wir erreichen genau das Gegenteil von dem. Am Ende werden wir wirtschaftlich die Verlierer sein und mit dem wirtschaftlichen Niedergang auch die moralischen Verlierer. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Ja, das sagt dein Gesprächspartner ja auch, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Und sagt auch, das fand ich total interessant, je moralischer und moralisierender wir dort auftreten, desto unglaubwürdiger machen wir uns. Weil wir ja auf der einen Seite zwar die Moral dann immer hochhalten und wie so eine Monstranz von uns hertragen, um auf der anderen Seite aber gleichzeitig selbstverständlich Geschäfte zu machen. Das ist in der Tat so und das wissen die Chinesen auch. Und deswegen reagieren sie ja auch mit einer gewissen Gelassenheit. Also Baerbock ist ja nicht diejenige, die damit angefangen hat. Seit 20, 25 Jahren muss jede politische Delegation, die nach China fährt, für die Presse irgendwann das Wort Menschenrechte angesprochen haben und das in der Pressekonferenz zweimal erwähnen. Die Chinesen wissen das, die lächeln still darüber. Die wissen, das müssen die deutschen Politiker und Wirtschaftsdelegationen für die Öffentlichkeit machen. Aber die wissen auch, es bedeutet nichts. Es ist nur Show. Weißt du, was es ist? Es ist Senden nach Hause. Ja. Es geht gar nicht um die Chinesen. Es geht darum, zu Hause diese Botschaft zu setzen. Ja. Also für mich ist der Inbegriff weiser China-Politik immer Helmut Schmidt. Also in den Zeiten von Helmut Schmidt hat es ja auch angefangen, dass die Deutschen verstärkt in China investiert haben und China als Absatzmarkt und so weiter begrüßt man. Das war die Offenheitspolitik, den es ja auch Bing, der auf Mao gefolgt war und so weiter. Und Schmidt hat immer sehr bewusst gesagt, dass er die westlichen Werte notfalls auch mit einem Knüppel verteidigen würde. Dass es aber nicht unsere Aufgabe ist, andere Länder wie China zu erziehen oder zu belehren mit diesen Werten. Und ich würde mir so wünschen, wir würden zu dieser schmidschen Weisheit zurückkommen. Und ich möchte keine Außenministerin sehen, die in der UNO den Chinesen droht für den Fall, dass sie Taiwan angreifen. Mit was denn? Mit was denn? Da ist diese gerade mal etwas über 40-jährige junge Frau, die in ihrem Leben noch nichts geleistet hat und droht diesem Land, dass 600 Millionen Menschen aus der Armut rausgeholt hat, dass sie die rasanteste wirtschaftliche Entwicklung da hingelegt hat, die je ein Land auf diesem Planeten gemacht hat. Das ist doch unsagbar zum Fremdschämen. Also ich verstehe das Argument, Richard. Ich meine, der Punkt ist natürlich die Tatsache, dass sie eine Frau ist, dass sie 40 Jahre alt ist, dass sie vielleicht noch relativ unerfahren ist und so weiter. Das ist ja, das ist kein Argument, finde ich. Sie spricht ja in dem Moment für Deutschland. Und es geht ja darum, wie wir uns als Deutschland verorten. Und es ist am Ende eigentlich dann zweitrangig, wer die Botschaft sozusagen übermittelt. Die Frage ist, ob wir als Land das genauso vermittelt haben wollen. Das ist ja der interessante Punkt. Für mich ist es nicht zweitrangig. Wenn du hinter der Drohung sozusagen nichts isst, dann unterhüllst du damit natürlich deine Glaubwürdigkeit komplett. Das ist der Punkt. Wenn du weißt, du drohst jetzt und am Ende ist das Maximale, was kommt, ist, wir schmeißen mit Wattebäuschen oder spritzen mit Wasserpistolen, dann bringt das halt nichts. Also die Tatsache, dass sie eine Frau ist, ist ja völlig irrelevant. Ich hätte auch sonst gesagt, wenn ein 40-jähriger alter Mann das gewesen wäre, hätte ich 40 Jahre alt. Ich meine nur jemand, der auf keine Lebensleistung zurückblickt. Das ist nicht unwichtig gegenüber den Chinesen, die eine Kultur der Altersweisheit haben. Wo man also erst ernst genommen wird ab einem bestimmten Alter und eben demonstrieren muss, was man alles geleistet hat. Und das ist in den Augen der Chinesen, wenn man bis dahin relativ wenig geleistet hat. Ich will jetzt nicht die Sünden noch aufzählen von gefälschten Lebensläufen und nicht selbst geschriebenen Büchern und was weiß ich was. Also man hat als Person nichts an Lebensleistung zu bieten. Das ist aus der chinesischen Perspektive, wenn man solche Reden macht, wo man China droht, nicht ganz unwichtig. Dann kannst du dir überlegen, wie das auf der anderen Seite wahrgenommen wird. Das Einzige, was an der grün ist, ist die Farbe hinter ihren Ohren. Das ist die Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Und deswegen spielt das Alter in diesem Falle doch eine Rolle. Das ist nicht dasselbe, ob ein Kissinger irgendwie was sagt. Gut, man muss nicht sozusagen ein hundertjähriger Mumie sein. Aber wenn das jemand ist, der eine große Lebensleistung vollbracht hat oder schon seit zehn Jahren ein Land regiert oder ein Statesman ist und so weiter, wenn der sowas sagt, ist das was anderes, als wenn das jemand macht, der vorher nur Parteipolitik gemacht hat und gerade mal gut 40 ist. Das macht einen Unterschied. Würdest du nicht sagen, ich mache jetzt noch einen Versuch. Würdest du nicht sagen, ich fand es ganz interessant, ich habe mit Kai Strittmatter ein sehr gutes Buch, weiß nicht, ob du das kennst, die Neuerfindung der Diktatur. Ein Kollege von der Süddeutschen, der lange China-Korrespondent war, der feiert Annalena Baerbock. Und sagt höchste Zeit, dass einer mal klar redet, weil das tun die Chinesen ihrerseits auch. Das fand ich interessant. Also jemand, der sagt, und das können die auch ab. Das ist nichts, was die irgendwie großartig aufregt. Das können die wunderbar ab. Damit können die umgehen. Und dann wissen die sozusagen, woran die sind. Also der schätzt das völlig anders. Aber was heißt denn, woran sie sind? Ich meine, das, was da auf der einen Seite auf der Ebene der Außenministerin gesagt hat. Das habe ich jetzt formuliert. Und das, was wir wirtschaftlich machen, sind ja sowieso zwei verschiedene Dinge. Deswegen können die Chinesen das mit großer Gelassenheit nicht ernst nehmen. Das hat keine Konsequenzen. Ja, also ich finde, man könnte dann ja, es geht ja nie darum zu sagen, wir machen jetzt mit denen gar keine Geschäfte mehr. Und es findet diese Handel nicht statt. Klammer auf, können wir uns auch mit Blick auf den deutschen Wohlstand nicht mal ansatzweise leisten. Also wenn man weiß, das finde ich immer interessant, auch in der Sendung, bin ich immer so, komme ich mir so vor wie der Rufer in der Wüste manchmal, wenn ich da sitze und sage, pass auf von den großen Konzernen zum Beispiel, VW und andere. Ja, ein Drittel des Gewinns kommt aus China. Ja, die verkaufen so viele Autos wie Amerika und Europa. 40 Prozent aller von deutschen Firmen produzierten Autos werden auf dem chinesischen Markt verkauft. So, richtig. Noch in ein paar Jahren werden es nicht mehr viele sein. Genau, und wenn du dann siehst, wie wir bei der Elektromobilität, die in China ein Riesenthema ist. Ja, wir fliegen da aus dem Markt jetzt raus, weil wir, ich meine, der Hauptgrund, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, warum wir die große Wende zur Elektromobilität gemacht haben und in dem Tempo machen, hat mit Umwelt ja nichts zu tun. Das geht um den chinesischen Markt. Die Chinesen machen das auch nicht in erster Linie aus Umweltgründen, sondern in erster Linie deswegen, weil ein Elektroauto kann jeder bauen. Und das kann man sehr, sehr viel günstiger bauen als ein Verbrennungsmotorauto. Und die Chinesen haben jetzt die Deutschen auch überholt im Hinblick auf Produktion von Elektroautos. VW ist nicht mehr Marktführer in China. Das erste Mal seit 40 Jahren, muss man sich vorstellen, es passieren gerade wirklich viele, viele Dinge. Und es ist so interessant, dass du vorhin gesagt hast, das geht langsam. Das ist der Punkt. Das geht langsam, aber es geht. Es passiert. Es findet statt. Und VW ist mit Blick sozusagen auf Autoverkäufe insgesamt immer noch die Nummer zwei im chinesischen Markt. Nummer eins ist BYD. Die machen übrigens nur E, also ausschließlich, nur elektro, setzen voll auf Elektromobilität. Und das Interessante ist aber, wenn du dir, und da wird es dann spannend, die Zahlen anguckst, im Bereich E-Autos, da liegt VW bei 2,4 Prozent in China. Das heißt, der Tag, an den du gar keine Geige gehen möchtest, der ist abgefahren. Das ist eine bittere Nachricht. Und du siehst ja auch, deswegen finde ich es ganz interessant, also wenn wir jetzt gerade über den Auftritt der Außenministerin sprechen. Wir sehen es ja auch an Indien, weil wir heute über Indien ein bisschen reden, Richard. Und das kam ja auch in deinem Gespräch daraus. Wie schwer wir uns tun, uns klar zu positionieren. Wie überrascht wir sind, also wie verstört nach gerade, wenn wir dann merken, da fährt dann Scholz nach Indien und trifft sich mit Modi. Der, auch ein interessanter Mann, der eine wahnsinnige Biografie ist. Sein Vater hatte einen Teestand, einen Bahnhof in Westindien irgendwo. Das heißt, es ist ein Beweis dafür, was du im modernen Indien offensichtlich, also Stichwort Kastensystem, dann doch einen Aufstieg schaffen kannst, wenn du dich unfassbar anstrengst. Das hat er offensichtlich gemacht. Und daraus resultiert auch ein großer Teil seiner Glaubwürdigkeit. Der Sohn eines Teeverkäufers. Und gleichzeitig natürlich auch, müssen wir dazu sagen, eine politisch problematische Figur. Absolut, absolut, ja genau. Nationalistisch bis ins Mark und so weiter. Können wir vielleicht gleich noch einen Satz darüber reden. Ja, das ist interessant. Ich denke immer, also früher, als ich klein war, da habe ich immer gedacht, man ist Nationalist oder man ist Kommunist oder so. Heute sehe ich das völlig anders. Heute denke ich, man spielt diese Karten, weil man sie politisch für richtig und sinnvoll hält. Genau. Das heißt also, ich glaube, dass die Inder in dem Versuch, eine moderne Nation zu werden, jetzt gerade in einer Phase der nationalistischen Übertreibung sind, ideologisch. So wie der Konfuzianismus und dieser Lügenkommunismus in China sehr wichtig ist, sozusagen für das Narrativ und für die Identität und damit alle mitkommen und so weiter, damit der Kitt in der Gesellschaft bewahrt wird. Und nicht, weil Xi tief in seinem Herzen überzeugter Kommunist oder Konfuzianer ist. Also ich glaube, dass diese Ideologien und diese Weltanschauungen von den Führern benutzt werden und zwar benutzt werden, weil sie glauben, dass es politisch klug und sinnvoll ist, das einzusetzen. Ob wir das, ob das richtig oder falsch ist und ob die Einschätzungen richtig sind, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich lebe nicht in China und ich lebe nicht in Indien. Aber es geht nicht um tief eingefressene Glaubensgrundsätze von Fanatikern, sondern es geht bei Weltanschauungen und Ideologien oder der soziologische Fachbegriff dafür wäre Derivationen. Ja, also Dinge, die Emotionen in der Bevölkerung in etwas Weltanschauliches umleiten, um ein Gemeinsamkeitsgefühl zu erzeugen. Genau. Und das läuft aus einer ganzen Reihe von Gründen in China völlig anders ab als im Westen und in Indien nochmal anders ab. Aber ich glaube, dass es am Ende gar nicht um Weltanschauungen bei diesen Dingen geht. Ja, wahrscheinlich ist das so und wir reden ja oft darüber, wo die Ideologie da das Geschäftsmodell nicht weiht. Da sind wir genau an dem Punkt. Aber ich fand es so interessant, wie verstört wir dann plötzlich alle waren, als wir gemerkt haben, warte mal, Sicherheitsrat, die Inder enthalten sich. Die sind ja gar nicht irgendwie auf unserer Seite, verstehe ich jetzt gar nicht. Wir kommen doch jetzt alle, im Moment geben sich ja alle Staatschefs, alle Außenminister. Jeder, der irgendwie kann, eilt nach Indien, umarmt Modi mal mehr, mal weniger innig. Aber man schmeißt sich da sozusagen ran, weil man natürlich auf diesen gigantischen Markt nicht verzichten möchte und plötzlich merkt, oh, da ist ja nach China jetzt, wo es problematisch wird, die nächste große Chance und da können wir sehr viel Geld verdienen. Und dann merken wir plötzlich, die Inder sind dazu ähnlich wie Lula auch in Brasilien zum Beispiel. Da hatte Scholz ja auch seinen interessanten Moment, der auch nicht bereit war, klar zu sagen, wir verurteilen diesen Angriffskrieg in der Ukraine und so weiter. Wir stellen uns ganz klar gegen die Russen. Wir haben alle ein einziges Interesse. Die wollen den Westen nicht stärken. Richtig. Die wollen nicht, dass der Westen aus diesem Krieg als großer Sieger hervorgeht. Genau. Weil das diese Entwicklung zur multipolaren Gesellschaft für einige Zeit dämmen würde und verlangsamen würde. Genau. Und das ist das Hauptinteresse dieser Länder. Und deren Interesse besteht auch darin, dass es nicht zu einem neuen Vertrag von Tordesillas kommt. Ja, also der neue Vertrag von Tordesillas war, als sich die Portugiesen und die Spanier um Südamerika gekloppt haben. Und dann hat in Tordesillas der Papst eine Linie an die Wand gemalt und gesagt, das eine ist eure Einflusssphäre und das andere ist die andere. Das heißt, die wollen jetzt keine Welt aus zwei Einflusssphären. Die wollen keine Welt, wie wir das sagen, Demokratien gegen Autokratien. Das ist der Grund, warum in Brasilien Portugiesisch und dem Rest von Lateinamerika Spanisch gesprochen haben. Da wurde sozusagen ein Mann als Schiedsrichter für Jahrhunderte eine zentrale Entscheidung getroffen, indem er gesagt hat, hier malen wir die Linie und rechts davon gehört denen und links von denen. Und dass wir wieder in eine Welt kommen, Tordesillas war ja auch die Mauer. Das war ja auch eine Tordesillas-Linie. Genau dasselbe. Auf der einen Seite dieses System, auf der anderen Seite das System. Und wenn wir gucken, was die Herausforderungen im 21. Jahrhundert sind, globale Ökokatastrophe, Klimawandel und, 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 dann dürfen wir nicht mehr in dieses Wir-gegen-die-Schema zurück. Bei Strafe unseres eigenen Untergangs nicht. Wir können uns auch nicht leisten, jetzt über Jahrzehnte Turbohochrüstung zu betreiben. Das ist alles Geld, was wir brauchen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Also je schneller wir aus diesem Denken wieder rauskommen, umso besser für die Welt. Ja, ja, aber du merkst, ne, an diesen Reaktionen, auch in Delhi dann, wenn man sich dann trifft und plötzlich feststellt, warte mal, also die sind ja gar nicht, die stehen quasi dazwischen und genau da wollen sie auch stehen. Ja, die Inder, die wollen das nicht, die wollen sich nicht klar, weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Wie sehr uns das verstört, was umgekehrt zeigt, wie unglaublich tief diese Art zu denken, ja, bist du nicht für uns, dann bist du automatisch gegen uns, ja. Wie tief diese Art zu denken in uns allen so drin steckt. Aber so dürfen wir nicht weiter denken. Wenn wir weiter so denken, führt uns das ins Unheil. Also A, militärisch und B, wirtschaftlich. Wir gewinnen nichts dadurch. Das ist der Punkt. Verstehst du, wenn es eine reale Chance gäbe, Freiheitswerte in der Welt dadurch durchzusetzen, wenn es überhaupt eine reale Chance gäbe, dann kann man darüber nachdenken. Aber diese Chance gibt es nicht. Militärische Konfrontationen oder am besten noch Wirtschaftsboykotte, Sanktionen und was weiß ich was, führen doch nicht dazu, dass unsere Werte sich weiter ausbreiten. Wenn man von denen so überzeugt ist wie ich, dann weiß man, wie sensibel man mit diesen Werten umgehen muss. Genau. Ja, es war. Also ich finde es auch interessant, weil du gerade sagtest, was da stattgefunden hat, ja, so willkürliches Ziehen von irgendwelchen Sprachgrenzen oder auch politischen Grenzen und so weiter. So haben wir ja unfassbar viele Fehler gemacht und Dinge einfach laufen lassen, obwohl wir wussten, dass sie falsch sind und so weiter. Wir haben neulich über Moldawien gesprochen. Für mich war der Überfall, ja, der Angriff auf Moldau durch Russland, das war ehrlich gesagt irgendwo so eine Randnotiz, ja. Ja, aber im Bewusstsein der Moldauer sitzt das ganz tief drin. Ja, dieses Transnistrien, dieser eingefrorene Konflikt, das klingt dann so verharmlosen, so euphemistisch, so beschönigend, ein eingefrorener Konflikt. Ja, denkst du, dann wäre eine Tiefkühltruhe und das Hähnchen, das da drin liegt. Komisches Wort. Ja, nix. Ja, von wegen. Das war ein richtig harter Krieg. Die haben die angegriffen und das haben sich die Moldauer gemerkt. Und sie haben sich auch gemerkt, dass wir so getan haben, als wäre nichts. Aber umgekehrt können wir nicht überall in der Welt, wo so etwas ist, ja, mal kurz gucken, was da im Augenblick im Sudan abläuft. Man könnte jetzt mal eine Karte machen, wo es ist. Wir würden uns ja völlig überanstrengen, wenn wir jetzt überall westliche Werte in der Welt ernsthaft durchsetzen wollten, mal abgesehen davon, dass es natürlich ganz, ganz viele Länder gibt, die diese westlichen Werte auch gar nicht haben wollen. Ja, auch das. Ja, das war ja zum Beispiel das, was wir kritischerweise beim arabischen Frühling erleben mussten. Da haben wir doch auch gedacht, jetzt müssen diese blöden Diktatoren da weg. Ja, in Libyen, Gaddafi. Und das ist doch eine gute Sache. In Tunesien und in Ägypten, der Mubarak, der so lange unser Freund war und von einem Tag auf den anderen nicht mehr und Assad weg und so. Und dann wird das so westlich-demokratisch. Mein Gott, wir mussten daraus lernen. Ja, offensichtlich will die Mehrheit dieser Menschen in diesen Ländern gar nicht westlich-demokratisch, liberal und so weiter werden, sondern die wollen wie die Inder. Die wollen ihren eigenen arabischen Weg wie auch immer gehen. Ich stelle mir immer die Frage, was passiert, und ich glaube, ich will jetzt nicht Prophet spielen, ne? Was passiert, wenn das Mullah-Regime in sich zusammenfällt, wenn das implodiert? Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass das in absehbarer Zeit passiert. Wer kommt dann im Iran an die Macht? Und was wird dann passieren? Es wird genau dasselbe passieren. Es wird der Westen, Europäer, noch viel stärker die Amerikaner, umgekehrt, die Russen, die Inder und so weiter, versuchen, so viel Einfluss wie möglich auf den zukünftigen Iran zu gewinnen. Ihn auf ihre Seite zu ziehen, ihn zu ihrem Land zu machen. Genau das wird passieren. Die Bevölkerung wird in dieser Frage höchst gespalten sein. Das heißt also, es entsteht dann die Gefahr eines langfristigen Bürgerkrieges. Und die wahre Antwort darauf ist, was ist denn das Beste für den Iran? Einen eigenen Weg zu gehen. Einen eigenen Weg zu gehen, indem man sieht, wie man mit den anderen Großmächten in dieser Welt halbwegs korrekt und zum eigenen Vorteil umgeht. Aber werden wir das zulassen? Oder werden wir wieder sagen, Moment, 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 wenn ihr nicht zu uns gehört, dann gehört ihr irgendwie zu denen. Und werden wir nicht mit Milliardenaufwand bestimmte Strömungen und Gruppen dann im Iran unterstützen, was dann vielleicht zu einem langen Bürgerkrieg führt und und so weiter. Wie wäre es mit Nicht-Einmischung? Wie wäre es damit, dem Iran das Recht und die Chance zu geben, den eigenen Weg zu gehen? Das ist total interessant. Ich mache mir Sorgen um diesen Zustand, was dann passiert, weil ich wünsche mir aus tiefstem Herzen und ich kenne viele Iraner und ich bin mit Iranern befreundet. Und das ist ein Thema, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wir dem Iran die Chance geben, den eigenen Weg zu gehen. Ich fürchte aber, dass wir das nicht tun werden. Total interessant. Ich meine, es gibt eine Blaupause, eine historische Blaupause dafür. Ich meine, die Inder haben sich das gemerkt. Pakistan. Die USA haben Pakistan seit der Gründung 1947 auf verschiedensten Ebenen massiv unterstützt. Ja, für Atommacht gemacht. Ja, und haben denen geholfen und die Inder haben sich das gemerkt und sagen, Europa hätte Pakistan nicht helfen dürfen. Der Terrorismus wurde von Pakistan aus unterstützt und Pakistan konnte seine ganzen terroristischen Aktivitäten in und auch gegen Indien, Kaschmir und so weiter ist das Stichwort, nur machen, weil es die westliche Unterstützung hatte. Ganz genau. Und wir hätten das nicht so laufen lassen dürfen. Und immer wenn es in Kaschmir brannte, dann war im Grunde Pakistan dafür verantwortlich. So sehen die Inder das. Kaschmir gehört aber zu Indien, so ist es nun mal. Das Gleiche, auch interessant, weil du gerade Arabischer Frühling sagtest, auch etwas, was man muss sich immer in die Schuhe der anderen stellen. Dann wird es richtig interessant. Der Einmarsch im Irak durch die USA und Großbritannien vor allen Dingen, das haben die Indien sich auch genau angeguckt. Du meinst diesen George W. Bush, Tony Blair. 2003, genau. Und sagen, das fanden wir nicht so richtig, Knorke, weil Saddam Hussein war ein Freund Indiens. So sehen die das. Das sagen die auch so. Und sagen, das war ein riesiger Fehler und es war auch eine Invasion. So wie in der Ukraine. Wie ein Angriffskrieg. Und deswegen, wenn Europa, genau, Russland vorwirft, in Ukraine einzumarschieren, dann sagen wir, was habt ihr denn im Irak gemacht? So empfinden das die Inder. Das ist total interessant, sich mal sozusagen in diese Schuhe zu stellen und dann versteht man plötzlich, wie unterschiedlich man auf die Welt gucken kann. Ja, das ist ja so. Wir bewerten Völkerrechtsbrüche unterschiedlich, je nachdem, wer sie begeht. Und wenn es die USA sind, mit denen wir politisch befreundet sind, dann gehen wir nachsichtiger damit um, als wenn die Russen das machen. So, das ist jetzt aus einer Reihe von Gründen auch erstmal verständlich oder erklärlich. Nur, wenn wir das durchgehen lassen, dann haben wir sozusagen die moralische Lizenz nicht mehr, Völkerrechtsbrüche in dem Maße zu verurteilen, wie sie verurteilt werden müssen. Und andere Länder, die ein anderes Verhältnis zu den USA haben, sehen den einen Völkerrechtsbruch auf derselben Ebene wie den anderen Völkerrechtsbruch. Also aus indischer Perspektive, natürlich sehen die Inder, auch die Chinesen sehen den Völkerrechtsbruch und sie unterstützen den auch nicht. Aber sie wollen nicht, dass der Westen von der Situation profitiert. Das ist ihr eigenes Interesse daran, abgesehen davon, dass sie von Russland billige Rohstoffe haben wollen. Gas, die Chinesen, Öl, die Inder und so weiter. Aber das Wichtigste für sie ist, dass die Weltordnung sich nicht zugunsten der USA wieder ein Stück verschiebt. Das ist ihr Interesse daran. Was würdest du sagen, abschließend, Richard? Wird die Welt jetzt ungemütlicher? Wahrscheinlich ja. Aber steckt darin auch eine Chance oder ist das eigentlich nur Risiko, was da gerade passiert? Also ich glaube, wie es im Augenblick gerade läuft, läuft es schief. Und ich hoffe, dass wir zur Besinnung kommen und dass wir aus dieser Kriege fangen mit Rhetorik an. Mit rhetorischem Aufrüsten, mit klarer Freund-Feind-Linien-Markierung, mit weltanschaulicher Aufladung der eigenen Positionen. Richtig. Ja, also man richtet sich an einem Palast von Begriffen ein, wie in einer Festung und rüstet erstmal gegen den anderen auf. Und hier wünsche ich mir Achtsamkeit, Abrüstung, Vorsicht. Ja, also zu merken, wenn die Situation so gefährlich ist, wie sie im Augenblick wird, mehr und mehr, dann müssen wir anfangen, wieder vorsichtiger zurückzurudern und so weiter. Und nicht in die ganze Sache da noch mit zusätzlicher Brandrhetorik reinzugehen. Wir haben diese schreckliche Katastrophe, diesen russischen Angriffskrieg, wir haben diesen Völkerrechtsbruch, wir haben das Morden vor der Haustür und so weiter. Das jetzt noch stärker auszuweiten in einen Globalkonflikt der Demokratien gegen die Autokratien und so weiter. Wohin soll das führen? Ich glaube, wir bewegen uns in die falsche Richtung. Es ist auf jeden Fall interessant, mal die Perspektive zu wechseln, mal zu verstehen, dass es nicht mehr diese Welt ist, die so klar schwarz-weiß ist, sondern dass da auch sehr viel Grau dazwischen ist. Also erstmal zu verstehen, dass wir, also der Westen, nicht blütenweiß sind. Ja, das auch moralisch makellos, richtig. Und die anderen nicht alle, ich rede jetzt von China, ja, in erster Linie, dass die nicht tief schwarz sind. Und rot sowieso nicht. Also das als allererstes Mal zu verstehen, weil wir auch uns in historischen Zeiträumen bewegen, weil für die anderen ist die Geschichte nicht vorbei. Weißt du, wenn du 40 Jahre alt bist und das Gefühl hast, wir sind doch hier die Guten und wir leben ja freiheitlich liberal in Demokratie und das ist alles klasse, also können wir den anderen auch was sagen oder belehren. Dann vergisst du eine Geschichte, die für dich Vergangenheit ist, die aber in den anderen Ländern noch fortlebt, wie zum Beispiel die Kolonialgeschichte der Engländer, Franzosen. Ja, aber weißt du was, die Kolonialgeschichte wird häufig angeführt. Ich denke ja manchmal, ganz ehrlich, ich meine, wir, also der Westen, wir haben einen Typen wie Trump ins Weiße Haus gewählt. Wir haben Boris Johnson in Downing Street Number 10 untergebracht, ja, was diese Leute dort alles veranstaltet haben, Brexit und so weiter, welches Chaos die angerichtet haben und das haben wir über den 6. Januar, Kapitole und so weiter noch gar nicht gesprochen. Also da sind wir doch die Letzten, die sich hinstellen können und sagen können, pass auf, also Werte lehren, wie man alles richtig macht. Genau und alles gewaltfrei, genau so macht man das, bitteschön. Sag mal, zum Schluss ein kleines Gedankenspiel. Also ein Typ wie Trump wird US-Präsident oder die Santis und es würde tatsächlich das Worst-Case-Szenario eintreten, das ich jetzt nicht glaube, nur als Gedankenspiel. Die würden die demokratischen Institutionen in den USA aushöhlen, ja, und so nach putinschem Muster zur Pappdemokratie werden. Und wir sagen, im 21. Jahrhundert geht es wertegeleitet um den Kampf der Demokratien gegen die Autokratien. Dann wären die USA nicht mehr unser Verbündeter, sondern genauso wie China als Autokratie und Russland als Autokratie, Saudi-Arabien als Autokratie, unser Feind. Würden wir dann außenpolitisch komplett umschwenken und uns von den USA distanzieren und sagen, mit Autokratien haben wir nichts zu schaffen? Ist doch völlig klar, was die Antwort ist. Wir sind von den USA wirtschaftlich immer noch genauso abhängig wie von China. Militärisch völlig abhängig von den USA. Wir würden es nicht tun. Und wenn wir schon wissen, dass wir das nicht tun, dann erkennen wir auch daran, dass die Begriffe Autokratie und Demokratie als Gegenbegriffe so ernst gar nicht gemeint sind. Und sie verbrämen Interessen. Richard, das war spannend. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns darüber unterhalten. Danke dir sehr. Ich danke dir auch. Aber guten Tag. Du auch. Tschüss. 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 Eine Produktion von M hoch 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF. . Das war's. Das war's. Vielen Dank.